Ganz ehrlich Leute, das Jahr 2017 war irgendwie wie so eine besonders lange Schulstunde Mathematik. Gehört dazu, macht aber keinen Spaß. Und damit heiße ich euch wunderschönen Menschen herzlich willkommen hier auf TabascoTV zum letzten Video des Jahres 2017. Ja, da wollen wir natürlich über dieses Jahr reden und über das nächste Jahr, 2018. Da kommt ja direkt zum Glück ein nächstes hinterher. Und ich möchte euch auch erzählen, warum ich in letzter Zeit wieder ein bisschen ruhiger geworden bin, beziehungsweise warum so wenig Videos kamen. Ja, und da fange ich jetzt einfach mal direkt mit an, denn das hat mit 2017 zu tun. Jedes Jahr stellt einen Menschen vor Herausforderungen. Und das ist auch gut so, sonst würden wir einrosten und rosten ist nicht cool. Ja, und vielleicht waren die Herausforderungen, die ich in diesem Jahr angetreten bin, ein bisschen größer als sonst. Ich meine, so kleine private und berufliche Scharmützel, die kennt ja jeder. Die waren vielleicht ein bisschen ausgeprägter als sonst, ja. Aber es gab auch ein paar große Sachen. Ein paar, die ich hier nicht erzählen werde. Ein paar, die ich schon erzählt habe. Das ist unter anderem zum Beispiel die Krebserkrankung meines Bruders, mit dem ich ja hier zusammen lebe und der ein sehr, sehr verwurzelter Bestandteil meines Alltags und meines Lebens ist. Deswegen ist das für mich nicht so toll. Und auch wenn ich am letzten GPL-Spieltag Entwarnung gegeben habe, einige haben es schon gehört, der Krebs ist halt wieder da. Ja, und das macht viel weniger Spaß als beim ersten Mal. Denn wenn man etwas zum ersten Mal hat, dann denken wir sich so, jo, kriegen wir hin. Wenn es dann wiederkommt, merkt man erst so richtig, wie hartnäckig so ein Scheiß sein kann. Aber aufgeben ist keine Option. Und ich bin ein genauso guter Dinge wie sonst auch, aber es schlaucht. Und es macht natürlich auch Angst, keine Frage. Ja, das ist halt eine Sache. Und 2017 hatten so ein paar Sachen einfach gefordert, die ich vermissen werde. Zum Beispiel ist auch unsere Hündin nicht mehr bei uns. Die wurde auch letztens eingeschläfert, was sehr schade ist. Ich denke mal, einige wissen ja, dass das durchaus auch sehr viel mit einem Menschen machen kann. Und ja, das war nicht so toll. Und warum fange ich mit so einem Deprischeiß hier sofort an? Das tut mir eigentlich echt leid, denn ich denke mal, viele von euch sind auch in Feierlaune. Aber zu den schönen Dingen kommen wir gleich, keine Sorge. Naja, das führt halt dazu, wenn sich so ein paar Sachen helfen, dass man ein bisschen Abstand braucht. Und den habe ich mir genommen. Ich habe mich ein bisschen zurückgezogen auf jeden Fall. Und wünschte aber trotzdem, oder ich hätte es von mir selbst gewünscht, dass ich das kommuniziert hätte. Aber irgendwie hatte ich das auch gar nicht vor. Ich habe es einfach gemacht. Es hat sich so ergeben. Deswegen fühle ich mich ein bisschen blöd, dass ich euch da so zurückgelassen habe in dieser Ungewissheit. Aber es ist jetzt passiert und ich hoffe mal, das geht vorbei. Denn ich habe richtig Bock. Ich habe richtig Bock auf Videos. Und da kommen wir jetzt eigentlich vielleicht sogar schon zur Zukunft. Dann möchte ich dieses Depri-Intro vielleicht einfach schon abschließen. Denn wir wissen ja alle, Kacke passiert. Da müssen wir durch. Und deswegen ist es schön, dass wir uns alle gegenseitig helfen. Denn das haben wir 2017 gemacht. Denn es gab ja auch richtig viel geilen Scheiß. Jetzt mal ernsthaft. Und vor allem das YouTube-mäßige war einfach durchgehend perfekt. Das ist eins meiner größten Hobbys. Vielleicht mittlerweile mein größtes. Und es hat einfach alles funktioniert. Also ganz im Ernst. Es sind ganz viele neue Leute hier hingekommen, die sich die Sachen, die ich mache, anschauen. Die davon vielleicht inspiriert oder unterhalten werden. Und das ist ein großartiges Gefühl. Ich glaube, das ist das Beste, was ein Mensch mit seiner Freizeit machen kann. Anderen Leuten Spaß bereiten. Das ist toll. Und ich bin super froh, dass ich die Möglichkeit habe, das zu tun. Und ja, nicht nur das. Dann haben wir auch so ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die GPL funktioniert. Ich wurde eingeladen. Ich durfte da mitmachen. Ich habe es auch übrigens gewonnen. Das war cool. Jede Woche hier mit euch die ganzen Sachen so durchgehen. Und das war einfach der Wahnsinn. Ich habe es schon hundertmal erwähnt in den GPL-Videos, die ich gemacht habe und noch machen werde. Ja, dazu später mehr. Das war eine Riesenstütze. 2017 war kacke. Aber ich sage es jetzt einfach mal so, ihr habt das auf jeden Fall ein bisschen gerettet. Ja, man konnte sich hier ein bisschen zurückziehen, ablenken, viel lachen und einfach mal den Kopf ausmachen von all dem nervigen Scheiß. Und dafür bin ich euch allen sehr, 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 sehr dankbar. Ich kann das nicht zurückgeben. Wirklich überhaupt gar nicht. Ich kann höchstens versuchen, 2018 ein paar mehr Videos zu machen. Und hoffe, ihr wisst, wie viel mir das bedeutet. Und bin super froh, dass ich in diesem geilen YouTube-Jahr 2017 auch so viele coole Leute kennengelernt habe. Also, ja, ich bin jeden Tag auf Discord unterwegs. Ich habe jeden Tag mit Leuten aus der Community zu tun und mache mit den Sachen, sei es Kämpfe oder einfach nur über Pokémon reden oder auch über andere Sachen. Und das ist einfach ein Riesenprivileg. Ich bin dafür super dankbar und bin froh, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr bleibt mir noch ein bisschen erhalten. Fände ich ziemlich cool. Zum Beispiel im Jahr 2018, über das ich jetzt ein bisschen quatschen möchte. Denn es werden sich ein paar Sachen ändern. Also, der übliche Scheiß bleibt halt. Es steht ja auch irgendwann eine Season 5 eines gewissen deutschen Poketuber-Turniers an, auf das ich mich sehr freue. Es könnte sein, dass hinter den Kulissen schon die Planungen laufen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Darf ich das verraten? Vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Also, naja, auf jeden Fall nicht nur das. Ich möchte ja auch ein paar Sachen selber machen. Zum Beispiel streamen. Ja, das hatte ich auch vor tausend Jahren mal gesagt. Wenn ich gutes Internet habe, möchte ich das tun. Und ratet mal, wer jetzt gutes Internet hat. Ja, ich habe jetzt eine richtig schöne, dicke neue Leitung. Und ich habe tatsächlich sogar schon alles eingestellt auf meinem Twitch-Profil, das ich jetzt auch einfach mal unten verlinke. Wenn ihr wollt, könnt ihr das schon abonnieren. Wird allerdings noch ein bisschen dauern, bis ich streame. Ich möchte noch ein paar Sachen vorbereiten und werde euch auf jeden Fall früh im neuen Jahr Bescheid sagen, wann der erste Stream kommt. Und das wird etwas, was ich noch nachreichen muss. Dieser Stream, also der Inhalt, mit dem ich dann nicht nur euch sozusagen beschäftige, sondern euch mit einbeziehen kann. Weil ihr dann hoffentlich im Chat dabei seid. Ja, da gibt es dann, wie gesagt, bald Infos zu. Und dann möchte ich das auf jeden Fall auch regelmäßiger machen. Aber bevor ich das alles angehe, bevor ich wieder Videos mache, wollte ich halt so ein paar Sachen aufräumen. Nicht nur privat, sondern auch auf dem Kanal. Ich bin zum Beispiel momentan dabei, ein komplett neues Design für alles zu entwickeln. Ihr seht sogar schon so ein bisschen was in diesem Video. Ihr habt es vielleicht auch schon so auf Twitter oder einfach so im Logo gesehen, dass ich so ein bisschen was farblich verändere und auch andere Elemente mit einfließen lassen möchte. Ich habe hier mein kleines süßes Kamalat, mein Lieblingspokermann, das jetzt vermutlich so eine Art Kanalmaskottchen werden wird. Und ja, ich bin, wie gesagt, hinter den Kulissen richtig viel am Grafiken bauen und hoffe, dass ich dann auch richtig viel auf einmal raushauen kann demnächst. Das wäre bestimmt cool. Ja, ansonsten geht es eigentlich mit allem weiter, was man so kennt. Worauf ich auch große Lust habe, ist, euch irgendwann zu verraten, dass es auch ein Let's Play geben wird. Das wird richtig sick. Vielleicht gibt es sogar mehrere. Und ansonsten die üblichen Kämpfe. Da möchte ich demnächst übrigens, da könnt ihr euch vielleicht auch schon ein bisschen noch vorbereiten, ein paar Little Cup Matches machen. Ja, also falls ihr Bock habt, sucht euch einfach mal irgendwas zusammen. Kann sein, dass ich das relativ spontan bald mache, vielleicht aber erst in fünf Monaten, wer weiß. Ich hoffe, wie gesagt, es geht ein bisschen schneller, aber seht es mir nach. Momentan ist wirklich viel zu tun und ich hoffe, dass 2018 dann mindestens genauso erfolgreich wird, wie 2017, was YouTube angeht. Und ja, also erfolgreich im Sinne von macht Spaß. Ich verdiene ja hiermit keinen einzigen Cent bisher. Vielleicht ändere ich das nämlich auch noch. Da muss ich auch nochmal drüber nachdenken und würde das dann natürlich auch mit euch nochmal irgendwie besprechen, sollte ich anfangen, ins Werbung zu schalten oder sowas. Keine Sorge, das mache ich nicht einfach so. Ja, okay. Was habe ich mir noch auf meine Liste aufgeschrieben, worüber wollte ich noch reden? Okay, also, ja, ich habe über 2017 geredet. 2017 war eine Mischung aus scheiße und geil. 2018 wird hoffentlich nur geil oder zumindest weniger scheiße, das wird toll. Dann habe ich auch erklärt, warum so wenig kam, habe dafür ein paar Ausreden rausgehauen, genau. Und ja, ich glaube, dann habe ich tatsächlich irgendwie alles erwähnt, was erwähnenswert war. Ich hoffe, ihr seid jetzt auf dem neuesten Stand. Und ich hoffe auch, dass ihr mega gut, mit mega viel Spaß in ein neues Jahr kommt, in dem wir uns hoffentlich genauso unterstützen wie bisher. Nicht nur hier unter den Videos, nicht nur auf YouTube überhaupt, sondern alle Menschen auf der ganzen Welt in allen Lebenslagen. Deswegen, ich hoffe, Menschen sind 2018 ein bisschen weniger menschlich. Menschlich ist eigentlich ein negatives Attribut, würde ich sagen. Ich hoffe, wir chillen alle ein bisschen mehr und sind nicht so arschig. Das wäre cool. Ja, und ich glaube, jetzt war ich deep genug für heute. Ich sehe schon überall Dictas und Dictaries neben mir, so deep bin ich. Und ja, verzeiht, wie gesagt, wenn das hier ein bisschen Depri war, aber das Leben ist halt so, wie es ist. Ich will das auch nicht, ja, bunter malen, als es ist. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso auf bald wie ich. Ja, ich denke mal, dann schreiben wir uns hier drunter. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch ein paar Worte von der Seele schreiben. Wir können uns gerne über ein paar Sachen unterhalten. Und ich denke mal, ihr habt auch sicherlich ein paar Fragen zu so kommenden Sachen, wie zum Beispiel Streams oder sowas. Also haut einfach mal raus. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr kommt ganz, ganz gut ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr feiert schön. Könnt mir auch gerne verraten, was ihr Silvester so macht. Und dann gehe ich jetzt rüber zu meinen Jungs und werde mich so wenig wie möglich bewegen. Also das Übliche. So viel wie möglich futtern und einfach ein bisschen daddeln. Okay. Ich habe euch sehr lieb. Macht's gut. Wir sehen uns 2018. Haut rein. Bleibt scharf und artig. Ciao.